Moin Leute! Herzlich Willkommen zu der neuen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele am heutigen Tag zusammen mit Maudano für Italien! Für Giorno! Sunway für Griechenland! Griech, griech! Und German Let's Play für Jamaica! Kiffi, kiffi! Meine Damen und Herren, eine große Rückholaktion hat tatsächlich funktioniert, denn Peter Seles wieder für Deutschland am Start. Der Mann hat seinen Arm wieder. Was? Ach ja, stimmt, Daniel ist wieder da, nachdem er seinen Arm verloren hat. Ja, ich hab einen Roboterarm. Das ist nicht schlecht! Glückwunsch! Ja, aber ist egal! Das stimmt, ich weiß nicht, mit dem Roboterarm ist man bestimmt, müsste man bei den Paralympics antreten. Wir haben so harmonisiert, als du weg warst, Maud. Das stimmt! So, komm schon! Aber obwohl das ist eine Zombie-Disziplin, das ist nicht gut. Warte mal, was musste man nochmal gedrückt halten, wenn man... Gedrückt halten? Ah, okay. Ey, verpiss dich! Nein! Ich hab... Ey, irgendjemand von euch hat mich so geblockt. Du mieses... Ja, das war der hinter mich. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das Modano? Nö. Komm. Oh, ich verliere heute. Heute verliere ich. Nee, nee. Zumbe, du holst es noch. Ja, komm, du sammst mich ab! Was denn? Ich block dich einfach nur! Ja! Kann ich ja nix für! Ja! Dritter! Ja! Zumbe, letzter! Meine Damen und Herren, das ist... Heute wird alles auf den Kopf gestellt. Der Ehre genommen! Ehre! Genomm! Unglaublich, meine Damen und Herren. Deutschland mit einem eher schwachen Start, aber die Disziplinen, die jetzt hier, äh, wo wir am besten sind, die kommen ja noch, meine Damen und Herren. Dazu gehört, äh... Wie, was denn? Weiß ich nicht. Der Weitsprung kommt, glaub ich, als nächstes, oder? Ja, aber Weitsprung hab ich einmal mit ganz viel Glück gewonnen. Ja, da hatte ich auch einmal so richtig gelaufen. Ja, einmal! Hab ich's richtig verstanden. Und seitdem hab ich alles vergessen. Komm schon, Deutschland. Ich hab da noch nie gewonnen. Easy. Oh! Ach, das ist gar nicht das Dreier-Diener. Oh, das war gut! Ach so, ich hab auch das Dreier erwartet. Das war gut! Warum hat der Modano Merzig? Ja! Was? Ey, Modano, du hast doch wieder die letzten Tage... Ja, ich hab Pasta gegessen. Im roten Bereich. Ach, passt gleich. Ich hab schon Plastik. Ja, Plastik. Okay, der Sprung war richtig schlecht. Ja, ich hab auch irgendwie 200 Meter oder so. Oh, der war doch gar nicht so schlecht! 5? Ist man ein bisschen besser? Nö. Jawoll! Deutschland! Ja! Yes! Warte, nächste Runde hab ich 9 Meter. Oh! Okay, ihr seid... Ihr seid raus. Was? Ihr seid raus. Oh Gott, wir sind nicht raus! Was? Modano ist einmal Dritter jetzt. 4 Zentimeter! Hallo? Oh, ich glaub ich hab übertreten. Ah, ich glaub ich hab... Ah, das war wildklasse! Nein, ich hab nicht übertreten! Ich hab alles zerstört! Ich hab euch alle zerstört mit Abstand! Was? Wo? Was ist euer Wildrick? Was ist los? Was ist los? Dritter! Wie ist das überhaupt nötlich, 9 Meter zu springen? Junge! Als ob! Es ist die Aufnahme an, meine Damen und Herren, sonst glaubt mir das doch eh niemandem. Was? Neun Meter! Ich geh nach Hause! Besser wird's heut nicht! Als obi! Meiner gibt direkt auf, ich kann nicht bei mir sprinten! Ich will ein Meter! Ja, meiner ist einfach durchgelaufen! Ja, ne Steigerung bei mir! Ja, vier Meter! Neun Meter! Als ob! Ich will Maudano noch überholen! Nein, nein! Doch! Ich bin ganz klar! Gut, dass ihr mich zurückgeholt habt, Deutschland! Viele, die haben mir bezweifelt haben! Und jetzt hier direkt Weltrekord! Oh! Oh nein! Was? Nein, schade! Bisschen besser! Meiner ist auch gar nicht mehr! Meiner ist zweimal jetzt rüber gelaufen! Ist egal! Ich weiß nicht, was bei ihm los ist! Ich hab gedacht, ich hab's geschafft! Aber... Oh! 68! Krass! Ja, aber neun Meter! Ja, neun Meter sind kass! Wie lang sind deine Beine? Ja, siehst du! Musst du mal gucken, was sonst noch so lang ist! Was denn? Meine Ohren! Es geht wieder auf die Leichtathletikbahn! Meine Damen und Herren! Es scheint... Olympic Stadium! Ja! Der 100 Meter Lauf der Herren! Da haben wir natürlich mit Jamaica! Einen sehr, sehr prominenten Vertreter ansonsten... Hey, ich bin's! Ich bin's, Leute! Ne, ich bin's! Okay! Ich bin's! Komm schon, Junge! Komm schon, Junge! Hey, Leute! Auf geht's! Lauf! Wie geht's? Ja, das ist das! Ja, Deutschland! Komm, Junge! Ich hab' den Anfang, glaub' ich, verkackt! Das war doch Jus, Junge! Was ist denn los bei dem? Nimm den doch mal die Drogen weg! Komm, Junge! Ich bin tot bis an die Haarspitzen, Junge! Ich hab' mir alles reingefiffen, was es gibt! Von A bis Z! Aber... Ja, desto tiefer fällt er beim nächsten Mal! Passt auf! Ja, da verliere ich bestimmt ein paar Beine! Wie sieht's denn? Was ist denn ein Weltrekord? Na ja, zweimal kostet! Zweimal Gold! Zweimal Gold! Das ist sehr gut! Sehr gut, Meister! Sehr gut, Meister! Ja, ich hab's geschafft! Schießen! Oh! Aber da fällt es auch immer richtig gut! Das ist... Auch in Deutschland... Da waren wir alle gleich gut! Ich kann mich an eine Situation, und die werde ich auch nicht mehr vergessen, wo Maudado und Zombev versucht haben, mich zu demütigen oder so. Mit dem, wo ich so nichts gewonnen hab! Moment, da war ich auch dabei! Oder ja, da habt ihr wahrscheinlich alle versucht, mich zu demütigen! Da hab ich doch mitgemacht! Äh, wie schießt man? Ich hab verfehlt in R1! Rechter, rechter Stick, äh, rechter R1! Ne, linker Stick und R1! Ah, okay, danke! Hab alle getroffen! Ich hab einen verfehlt! Ja, schade, du bist schon raus! Ja! Alle getroffen! Ey, geil Deutschland! Ballern, Alter! Ballern muss das! Guck mal, Bälle! Sehr gut! Jamaika und Deutschland! Das ist eine Allianz, die vielversprechend ist! Wollen wir nicht zusammen Land gründen? Ja! Ich mach den Maudado und schieß einfach so schnell wie es geht! Hä? Ja! Wie bei Golf? Okay, jetzt nochmal die Dublette! Warum nicht die Falle denn? Ja! 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 Alles geballert! Oh! Bam, Junge! Bam! Bam, 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 bam! Oh, Manuel! Au, auch wieder drin! Natürlich! Ah! Du wirst hier nicht alleine Erster sein! Ne! Ich werde nicht einmal verfehlen! Nicht ein einziges Mal? Ne! Was passiert, wenn du verfehlst? Ja, dann backst du mich vielleicht mal nicht meinen Kuchen! Hä? Wie wär's? Weißt du, fängt hier schon wieder mit so nem Satz an! Ja, was denn? Ja, wenn du hier so arrogant bist! Ja, was heißt arrogant? Ich weiß, dass ich halt nicht verfehlen kann! Es geht nicht! Arm, Junge! Beide getroffen! Aber Mist, wir haben 8 Runden, ne? Ja, ja! Das ist... Also das ist... Wir werden verfehlen! Ich glaube, wir werden verfehlen! Früher oder später! Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen! Nee! Ich hab aber auch getrunken! Echt? Ja, ja, klar! Gerade... Ja, nochmal den einen! Ich finde, man sollte irgendwie einen extra Punkt kriegen, wenn die Scheibe in der Mitte zerplatzt! Ja, das dachte ich mir auch schon! Ja, weil man aimt dann ja noch... Obwohl, das ist ja so ne Art Shotgun! Ist es? Ah, scheiße daneben! Nee, es sieht nur so aus! Es sieht nur so aus! Es sieht nur so aus! Ich hab daneben geballert, Männchen! Echt? Ja, also hab ich wirklich! Dann muss man auch daneben ballern, so ungefähr! Macht er bestimmt! Ja! Mach ich! Ja, und zumindest die anderen getroffen! Natürlich! Die Nerven liegen blank! Oh, ja! Oh, Gott sei Dank! Oh! Hallewitzka! Wir haben aber beide ganz gut getroffen! Scheiße! Er hat ja komplett... Ja, klar! Mann ey! Ja, guck mal! 12, 13, 14, 15! Also... Wir wollen euch nur zeigen, dass wir zählen können! Echt nah beieinander! Ups! Oh Gott, oh Gott! Aber krass, wie lange dieses Spiel ist! Ja, die Runde... Ich will nicht! Ich bin grad Erster! Oh, Gott sei Dank! Gibt es denn hier überhaupt einen B-Rekord? Uh! Ich weiß es, ich glaub nicht! Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn du vielleicht alles, wirklich alles triffst! Aber... Ich mein, es wird ja auch nirgends angezeigt, der Welt-Rekord! Ja, stimmt! Also ich glaub nicht, dass da... Alter! Dass da was geht! Okay! Was war das? Der war schnell! Ja, der war echt schnell! Der war, ja! Aber hast du trotzdem getroffen? Mann ey, das kann er nicht wahrnehmen! Oh, ich hab verfehlt! So, wir teilen uns den letzten Blatt! Hä? Scheiße! Ich hab auch verfehlt! Ach, Mann! Ja! Es kann doch wahr sein, dass er so ne Maschine ist! Ich hab ein Mainbox! Das Gefühl hab ich auch! Der Maincard investiert! Du hast so ein Maus-Mover oder so! Wow! Alter! Gott! Alter! Ich mach auch keinen Sport bei der Hitze! Vollkürt hier, scheinbar! Noch einmal! Das ist ja olympische Spiele! Oh! Ohne einen Fehler gemacht zu haben, das wär so schön! Oh! Nein! Nein! Du hast die, was du sagst! Nein, Mann! Warum? Ich opfer mein erstes Kind dafür, dass der zurückkippt zu reifen und das zu ändern! EINER! Und alle an uns treffen! Ich bin raus! Der Druck! Aber du hast zumindest gewonnen! EINER! EINER! NÄH! 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 Boah! Aber du hast sieben Punkte! Krass! Schenk sie mir! Schenk sie mir, Mann! Nein! Ich schenk ihm nix! Okay! Der kann sie mir schenken und ich bin immer noch mit Palle gleich auf! Oh! Turn-Sport! Wer meinst mit Maudado? Nicht Palle! Palette ist erster! Ja du hast sieben und ich hab zwei! Das sind neun! Aber ich wollte ja nicht alles geben, was ich hab! Ach so! Das kannst du mal im Dingens machen! Wart ihr schon mal in so einer Trampolin-Halle? Jo? Nee, nee, nee! Ich hab' mich auch noch einmal, glaub' ich! Das muss echt gut sein! Aber da war ich keine Ahnung dabei! Das war wohl lustig! Also gestern... Oh nein! Ach komm! Nicht das! Was? Ah ok! Ich verstehe! Ja! Komm schon! Komm! Nee! Jetzt noch! Ja! Und jetzt! Äh! Ah! 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 Und runter! Oh! Oh Mann! Ey! Ich brauch immer wieder einen neuen Angesatz! Oh Gott, Mann! Der ist auf seinen Rücken gefallen! Unfall! Hallo! Ich drück doch! Was warst du denn? Was warst du denn? Alter, meiner feiert voll! Mach doch nix! Junge! Hä? Ja! Hab ich geschafft! 3,4, 9,9! Alter, ich hab' Punkte ohne Ende bekommen! Maudado! Alter! Ja! Ultra Loser! 3 Punkte weniger als ich! 3! 0,3! Ich hab' so viele Fehler gemacht! Ich hatte eben den Anfall! Hä? Ey! Was ist denn jetzt los bei mir? Ja, es ist vorbei! Es hat den Timer! Vorbei Zeit! Aber guck mal! Wir hätten 0,3 Punkte! Also bei mir war alles perfekt! Und Manu sagt, er hat sich voll vertan und hat einen Punkt weniger! Ja! Ja! Erster in Deutschland! Ja! Das ist schon das Ende! Ja! Jawoll! Gleichstand! Nee, 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 nee! Zwei Silbermedaillen! Nee, 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 nee! Klar! Doch! Es ist der Zweiter und Dritter bei euch! Manu, du hast verloren! Du bist Dritter! Okay, ich bin raus! Das war meine letzte Runde! Okay, meine Damen und Herren! Das war's mit einer weiteren Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele! Lasst auf jeden Fall ein Like da! Schaut bei ZombieMaudado und German Let's Play vorbei! Und habt alle noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Tschüss!